so leute willkommen bei meinem video in diesem video es mir gemeinsam jetzt ein türkisches geruch gericht geruch sag ich schon gericht und zwar denkt man das doma wir essen es gemeinsam jetzt dabei haben wir einmal unseren fanta in ein kokola glas und wir haben dann einmal groß weil ich kann es ohne brot nicht essen und einmal unseren joghurt was auch da rein kommt jetzt ja das grüne zeug da kann man eigentlich mit essen aber ich esse es ohne leute wir richten jetzt alles her und ja wir sehen uns dann gleich leute wenn ich alles eingerichtet habe und es gemacht habe so leute ich habe jetzt das alles erst bereich gemacht und ja leute ich habe das ich habe den video idee jetzt von einem anderen youtuber einen großzügiger der schon zehn millionen abonnenten hat der heißt irgendwas mit nikola keine ahnung wie der heißt leute vielleicht blende ich irgendwo den namen könnt ihr abchecken vielleicht pack ich auch den link zum youtube kanal von denjenigen ja leute wir fangen jetzt an zu essen ihr guckt mir einfach zu wir essen gemeinsam doma und ich hoffe dass es euch bock macht und ja bleibt das video gerne abonniert mein kanal teilt das video gerne weiter dass wir mehr reichweite schaffen um besseres videos herzustellen zu produzieren und ja wir fangen jetzt an dann mit essen und ich nehme euch mit ja wir fangen wir dann einfach mal an so leute wir essen es genau um 23 uhr wartet ja um 23 uhr 3 mache ich das video leute extra für euch also könnt gerne mir folgen ich glaube wir starten jetzt einfach deshalb mein erstes video über den konto so weil ich eigentlich nur blogs und so so ein video mache ich eigentlich nicht aber heute mache ich weil ich irgendwie voll Bock bekommen habe und ja wenn es euch gefällt lasst ein like abonnenten kanal und aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen ich glaube wir starten jetzt mit dem essen und ihr guckt einfach so oder ja könnt mit essen hinter der kamera was ihr wollt oder mit trinken macht was ihr wollt leider schaut einfach meine videos an ich weiß auch nicht wieso ich diese videos jetzt hier mache ich fange an guckt einfach so wie ich esse ich hoffe es wird euch gefallen ja ich habe hier einmal der tuch um den mund abzuwischen was eigentlich nicht macht spaß und abwischen ist wichtig gesundheit ja leute wie stand einfach jetzt mit dem essen viel gelabert so sieht es ganz aus heute schmeckt auf jeden fall leute dann macht es gerne nach jetzt gibt es wieder gut über die das machen halt wie man das produziert und gerne abschicken das ganz einfach eigentlich zu machen geholt paprika macht den reis steckt den reis einfach rein fertig das hat jetzt meine mutter gemacht schmeckt na klar lecker weil die mutter macht ja was die mutter macht ist immer lecker so jetzt einmal fantastisch mit auf jeden fall auch lecker eigentlich mag ich fand ja nicht ich bin eigentlich coca-cola fan aber egal wie drin jetzt in diesem video fand einfach einfach jetzt erstmal einmal mit brot könnt mit gucken wie man ja leute es kann sein dass besitzt wird aber ich esse es halt so wie man einmal den tricks ja dann haben wir hier und danach steckt man das ganze im mutter mit brot schmeckt ist anders lecker leute probiert auch mit brot weil ich rat euch mit brot zu essen und mit jungen mit brot schmeckt einfach geiler als wenn man jetzt einfach so ist wir wissen ja alle tückisches tückisches essen ist allgemein lecker also ihr feiert bestimmt tückisches essen wenn es euch das video gefällt leute schreibt es gerne in kommentare wenn ihr mehr wollt und es ist jetzt mein erstes essen video oder was auch immer schmeckt auf jeden fall lecker leute ich weiß heute eigentlich redet man in diesem video ist nicht so viel man immer man macht einmal man sagt einfach hallo und fängt direkt an zu essen aber ich mache es ein bisschen anders ich mache jetzt mit reden und mit essen halt ist besser finde ich jetzt wenn man einfach so leise ist na klar werde ich auch manchmal im video leise sein bei solchen videos leute kann man nicht immer was sagen wisst ihr also man weiß nicht immer was man sagen sollte bei solchen videos wenn man einen kollege dabei hat dann ist nachher einfacher kannst du mit kollegen reden und den kann man hinstellen aber ja ich mache die videos alleine vielleicht kommt ein kollege mal schauen ja leute wir haben 23 uhr 8 und ich drehe einfach ein s video um 23 uhr 8 ja ist mal weiter schmeckt auf jeden fall lecker so leute teilt das video damit wir größere familie werden wir sind jetzt mittlerweile schon ein große familie wir haben gerade 1150 follower danke auf jeden fall danke für die ganze followers und die für die ganze likes ich hoffe wir schaffen mehr mein ziel ist ein für die nächsten jahre 100.000 zu schaffen ich hoffe wir schaffen gemeinsam leute teilt den kanal gerne unterstützt die kanal gerne und ja schmeckt auf jeden fall lecker leute in diesem video kann ich auch nicht laut reden weil wir haben 23 10 und bei mir schläge schlafen schon alle darum kann ich nicht laut reden aber ich versuche laut zu reden ja ihr könnt gerne mich auf instagram folgen leute den link könnt ihr unter das video beschreibung gucken wenn der link nicht funktionieren sollte ich heißt ganz normal birant unterstrich mbg könnt auch über den namen finden mich also ja aber links glaube ich einfacher als jetzt instagram zu gehen und meinen namen hinzuschreiben ja einfach den link drücken kommt dann direkt zu meiner seite instagram seite und direkt folgen oder meine bilder leiten videos leiten noch was ihr wollt wisst ihr leute ich glaube ich spende das video jetzt hier ich kann nicht mehr weil ich bin ein person der nicht so viel ist aber leute wenn es euch das video gefallen hat könnt gerne mir folgen also oder abonnieren die glocke aktivieren und link an euren freunden schicken familie schicken jeden schicken halt von dem video und ja was wollte ich sagen ihr könnt gerne kommentieren werden wie das video jetzt ich weiß video weil wahrscheinlich jetzt nicht so prüfen aber ja das kommt von zeit ein bisschen aushalten wenn es euch gefallen hat gleich das video habe ich schon gesagt jetzt gefühlt und ich gehe jetzt auf jeden fall erst mal dann aufs klo und danach schlafen morgen habe ich noch schule leute weil das video drehe ich dienstag und morgen ist mittwoch also ja wenn es euch gefallen hat like das video abonniert den kanal schickt den kanal an euren freunden folgt mir auch gerne auf instagram auf tik tok und ja wir sehen uns dann irgendwann irgendwann ein neues video tschüss